Das war schlimm. Rezo, weißt du, was passiert ist? Weißt du, was mir gestern passiert ist? Ich habe einfach einen Türgriff in der Hand gehabt und zwar nicht von der Tür, doch eigentlich von der Tür, aber vom Auto. Ich war einfach gestern, ich war ein bisschen pissig. Zugegeben, ich war pissig, aber so pissig war ich dann auch wieder nicht. Die Autotür versucht aufzumachen. Betonung liegt auch versucht, weil ich hatte dann einfach den Türgriff in der Hand. Der ist mir einfach entgegengekommen. Rehe. Reze ganz still, so what the fuck. Ja, ich habe das Auto von meiner Oma nämlich gefahren, weil das stand vor meinem Auto und ich war zu spät. Und deshalb meinte sie so, ja, bevor wir das jetzt alles umgeparkt haben, dies, das, Ananas, komm, nimm doch einfach mein Auto. Ich so, okay. Ich so, Alter, ich steig so, beziehungsweise ich will so in dieses Auto steigen, ne? Oh, ich hab den Türgriff in der Hand. Alter, was ist los? Problem war, meine Oma war gar nicht da. Meine Oma war nicht da und ich musste zum Termin und, ähm, ja. VW? Nee, Ford. Okay, ja gut, die haben fast dasselbe, die haben fast dasselbe Schließsystem. Ja, das Problem ist, dass das, das hat generell in letzter Zeit Probleme mit Schließen und sowas. Und es steht auch gerade zum Verkauf eigentlich, so, äh, das Problem ist also jetzt ein Auto ohne, 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 ohne Tür, also beziehungsweise ohne Türgriff kannst du das schlicht verkaufen. Steht auch gerade zum Verkauf, weil meine Oma hat sich ein neues Auto geholt, weil, ehrlich gesagt, also das ist halt schon alt, ne? So. Ja, ist klar. Genau. Das Auto ist halt schon alt, ne? Also halt so ein altes Omi-Auto. Also für Omi ist das vollkommen in Ordnung, ne? Aber es ist halt jetzt ohne Türgriff so. Scheiße. Ja, da kannst du bloß Halorik, äh, da kannst du bloß das Ersatzteil bestellen. Das an sich sind die Türgriffe leicht zu wechseln. Ich fand das gar nicht leicht. Ich hab nämlich das versucht, der Matratze bekommen, ne? Wenn der rausgebrochen ist, dann geht das nicht mehr. Also, das ist, mir ist auch aufgefallen, das geht nicht, ne? Ich hab's versucht. Wenn der rausgebrochen ist, das sind zwei Nasen, also das ist eine, ein komplett, wie soll ich denn das sagen? Das ist ein Schließbügel und das ist ein System und das kannst du mit einem Mal rausbauen. Und wenn das gebrochen ist, dann kriegst du es nicht mehr ran. Das ist dann... Oh mein Gott. Guck dir, ich hab das dann so angebastelt. Ich hab's versucht dran zu machen, aber das geht halt nicht. Und so pissig war ich dann auch wieder nicht, ne? Lassi ist pissig und zerlegt erst mal Auto. Ne, das war schon ein bisschen unangenehm, ne? Das war schon so... Alter! Ich hab einfach dieses Schloss, ne? Ey, ich hab den ganzen Autogriff, ne? Und dann mein Nachbar kommt so raus, ne? Mein Nachbar ist mein Fahrlehrer gewesen. Und ich so, du musst eh in die Fahrschule, nimm mich mit. Ich muss in die gleiche Richtung. Ich hab gerade... Also zuerst hab ich gemeint so, jo, du bist doch mein Fahrlehrer gewesen. Wie geht das mit der Tür nochmal? Und er so, was? Und ich so, hä? Das muss man noch in der Fahrschule lernen? Ich hab gerade den Griff in der Hand. Ne, ja, das nicht. Ne, das bin ich auch nicht. Ja, ich weiß, aber ich hab ihn halt verarscht, weil er ist mein Nachbar, ne? Ich bin mir verarscht und ist ständig. Ja, ja, na klar. Und ich so, jo, warum, 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 warum? Du musst es doch können, falls irgendein neuer Fahrschüler das abreißt. Wie ich zum Beispiel. Hätte ich erst mal kaputt gelacht und meinte so, jo, komm, steig ein, ich fahr dich hin. So. Alter, ey. Ey, du arbeitest bei Ford? Oha. Ja, keine Ahnung. Der Türgriff ist nicht mehr da. So, was soll ich sagen? Türgriff ist nicht mehr da. Oh man, ich bin voll in die Bombe gefahren. Ja, Astrid. Ach, Gott. Ja, Leute, was macht man da? Ja, also man, also das kann man wirklich nicht neu dran machen. Also man braucht echt einen neuen Türgriff, oder wie? Ja, aber so viel kostet die meistens nicht. Okay. Aber man braucht keine ganze neue Tür, oder? Weil ich hab jetzt gedacht, ich brauche eine neue Tür. Nein, nein, das ist bloß ein neuer Türgriff. Ach so, okay, gut. Ich hab wirklich, ich hab gedacht, oh Gott, ich glaub ich brauche eine ganze neue Tür, so. Oh mein Gott. Meistens sind dann sogar noch die Schließzylinder in Ordnung, dann kann man den auch mitpauschen. Also in den neuen. Okay. Ja, keine Ahnung, weil das ist irgendwie gerade so problematisch mit diesem Auto, irgendwie ist es komisch. Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt ganz nach hinten geparkt, sodass man da eh nicht, also keine Ahnung, dass es nicht im Weg steht. Ich bin dann so von hinten reingekrabbelt. Uff, ey. Uff. Uff. Uff, uff, uff. Naja, egal. Ja. Ja, und der Freund von meiner Mom, der kann sowas eigentlich. Aber die sind im Urlaub, deshalb konnte ich die auch nicht fragen. So, Jo, kannst du mir helfen? Hier, die, also du musst dich ja los. Ja, ja. Ist im Urlaub gekommen. Ja gut, vielleicht ist da nichts gebrochen, dann kannst du das irgendwie wieder reinmachen, aber... Keine Ahnung, der wollte sich das angucken, sobald die wir aus dem Urlaub wieder zurück sind, wollte sich das mal angucken. Oh mein Gott, Leute, ich bin in der Rakete. Boom, alle erstmal weghauen. Ach nö. Schade, ich bin Fünfter. Ich habe gedacht, ich werde schneller. Ich werde Erster oder sowas mit der Rakete. Nein, ich bin runtergefallen. Oh Mann, ey. Sicher ein Bild für die Götter. Was meinst du? Der Typ. Boah, bist du schon im Ziel, oder was? Ja. Nee, oder? Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Warum? Nein! Oh, vorm Mörder noch geworden. Geile Frisur, naja, ich will mir jetzt nen, ich will mir jetzt nen Dings wachsen lassen, nen Mullet. Oh mein Gott, du bist Dritter? Eva, was? Ach so, wie du von hinten ins Auto steckst. Ja, ich bin dann von hinten und dann nach vorne, weil von der Beifahrerseite konnte man auch nicht rein, weil das war so nah an der Mauer geparkt, dass man von der Beifahrerseite auch nicht rein konnte, deshalb musste man von hinten rüber klettern und so. Und dann ist mir eingefallen, jo, es wäre doch auch einfach clever gewesen, von hinten einfach die Tür aufzumachen und dann vorne einzusteigen. Aber da war ich schon vorne. Geklettert. Wie so ein kleines Äffchen, ey. Ah, 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 ah. Oh Mann ey. Und so? Ach. Ja, das ist so in Nessie Town passiert, so. Nessie reißt erstmal Türgriffe ab. Es gibt Leute, die wollen Bäume ausreißen und Nessie, die reißt halt Türgriffe weg. Professionelle Türgriff Autozerstörerin Ey, ich bin so froh, dass ich noch zu dem Termin kam Ey, wirklich Weil das ist wirklich viel Verflucht bei dem Ey, ich hab den Termin Alle zwei Wochen, ne? Alle zwei Wochen Und ich verpeil's Ich verpeil's einfach Also ich hab den Termin jetzt schon zweimal verpasst Und dann ist das mit dem Türgriff passiert, ne? Und ich war so, ne Ey, no way Nicht schon wieder das dritte Mal Diesmal hab ich sogar die richtige Woche Das letzte Mal war ich in der falschen Woche da Ey, unfassbar Weißt du, was ich grad nicht verstehe? Hä? Die Kombination, die ich fahr Warum? Die Kombination, die ich fahr grad Ist die schlechteste, oder was? Ist eigentlich die schlechteste, die man fahren kann Weil Stahlreifen, die ist schwer Ja Ja, Fahrer hat eine richtig schlechte Einstufung Okay Aber du bist doch trotzdem vorne Ja, verstehe ich nicht Ich bin Bowser Bowser ist nicht so gut, oder? Weil er so dick ist Nö, Bowser ist schwer, das ist gut Ja? Gute Beschleunigung, ja Ach geil Ach so, ich hab gedacht, Bowser ist immer schlecht Aber ich mag den Bowser Ich lieb Bowser tatsächlich Ich bin früher immer nur Bowser gefahren Und dann hab ich gedacht So, komm Stereotyp Ich fahr immer Peach 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 war auch cool und so Aber am liebsten mag ich Bowser Weil ich hab immer die Hoffnung Dass irgendjemand sich an den Stacheln wehtut Und deshalb kaputt geht, wisst ihr? Also erstens Ist so einfach wer? Mann, ich hab immer die Hoffnung Dass wenn mich jemand rammt Dass er Probleme hat Als ob ich so einen Stern die ganze Zeit aktiviert hab Das war ne Hoffnung Hoffnung ist da Ja, keine Ahnung Deine Kombi ist gut Eva, deine Kombi ist auch gut, ne? Ich merk schon Ihr seid ziemlich weit vorne Voll gut Vielleicht sollte ich gleich mal ein bisschen was wechseln Oh mein Gott, ich bin vierter Oha, oha, oha Vielleicht Bowser Auch so gut Nice Bowser hat aufgrund des Gewichts wenig Beschleunigung, denke ich Ja, ich denk auch Aber keine Ahnung Aber höhere Höchstgeschwindigkeit Aber wenn man gut fahren kann Dann vielleicht, ne? Oder vorgescheinlich nicht Musst du halt viel driften und so Dann kommst du Hahahaha Hören Sie Aber ey, ist jetzt schon mal so was passiert Mit ner normalen Tür? Ja Siehste? Du hast ne normale Tür zerstört Endlich ist meine Strecke dran gekommen Cool Nö, da hab ich vergessen Den Griff festzuschrauben Und dann hab ich aber auch die Seite in der Hand gehabt Die war eigentlich nur draufsteckt Und dann komme ich nicht mehr raus Oh nein Echt jetzt? Was machst du dann? Bist du dann wirklich gefangen? Ich hab meinen Schlüssel genommen Bin aus dem Fenster geklettert Wirklich? Wirklich? Stell dir vor, du machst das im Hochhaus Hä? Dann müsste irgendjemand anrufen Echt? Warte, stopp mal Wenn du die Tür kaputt machst Also wie heißt es? Also den Griff kaputt machst Kommst du dann wirklich gar nicht mehr raus? Ja, es kommt drauf an Auf welcher Seite du Auf welcher Seite du auch den Ähm Aber ich komm nicht drauf Du hast bei einer Tür Hast du ja einmal Ähm Einen mit ner Nabe Also da ist ein Loch drin Ein viereckiges Ja Und dann hast du Ich bin Erste Auf der anderen Seite hast du Hast du einen Vierkant Das wird da halt normalerweise reingesteckt sozusagen Okay Wenn du dann vorsichtig machst Und hast du den Griff in der Hand Dann kann es auch sein Dass du es wieder draufstecken kannst Und Ja Okay Aber ich hatte an dem doch halt weg Oh nein Das ist nicht gut Das ist gar nicht gut Oh nein Ich hab's falsch gemacht Ich wollte das nach hinten machen Leute Oh mein Gott Ich bin Erster Meinte ich kann das halten Oh mein Gott Aktuell kann ich es echt lange halten Hätte ich gar nicht gedacht Dass ich es so lange schaffe Auf dem ersten Platz zu bleiben Aber das Problem ist Hier kriegt man halt nur so Schrott Geschenke Das Ding ist Es ist halt auch meine Lieblingsstrecke Leute Oh mein Gott Leute Was passiert bei mir Guckt mal Ich hab voll den Abstand Hä Seht ihr das Oh mein Gott Leute Ich hab richtig Abstand Oha 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 Willst du Nessi oben sehen Musst du nicht mehr die Tabelle drehen Was Habt ihr es gesehen Äh Bin gleich wieder da Hä Was ist da los Chat Ich hab keine Ahnung Was da los war Hä Aber warum war ich Erste Auf einmal Waren alle Auch fertig Hä Ich bin irgendwie Verwirrt Leute Ich bin übelst Verwirrt Wie hab ich das gemacht Und warum War das dann direkt Fertig Nachdem ich Fertig war Weil Normal ist es Bin ich fertig Weil ich Letzte immer bin Aber jetzt war ich Erste Normal muss man doch Warten auf alle Anderen Oder Ich bin übelst Verwirrt Wie ich übelst Verwirrt Krass 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 Ich bin Vielen Dank.